Willkommen zurück bei den PASCOM Brüdern. Wir werden jetzt unser MikroTik Tutorial parallel ein VMware Tutorial starten. Man kann uns als VMware Experten bezeichnen, also wir machen VMware jetzt seit zehn Jahren. Ja, gut zehn Jahren beschäftigen wir uns damit. Haben damals angefangen mit den Workstations und Servern auf Linux Basis, wie es damals noch frei war und so weiter. Mittlerweile machen wir große Rechenzentren und Infrastruktur mit ESX und vCenter und Recovery Manager etc. Ja, also wir wollen uns mit den verschiedenen Themen beschäftigen, die es da so gibt. Und am Anfang schauen wir jetzt mal an, welche Arten von Virtualisierung gibt es. VMware, was ist es, was kann ich für Produkte kaufen. Es hat einen Wust an Produkten und da versuchen wir jetzt einmal ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen und dazu schauen meine Homepage rein. Wenn ich jetzt auf die Homepage einfach draufgehe, kriege ich ja hier die Startseite. Und wenn ich mal ungefähr wissen will, was die so haben, gehe ich da auf Produkte und sehe hier schon einen ganzen Rattenschwanz an zahllosen Dingen. Also man muss erst mal VMware studieren, um überhaupt zu verstehen, was man denn benutzen sollte. Ja, ganz schlimm ist es nicht, aber man muss es schon etwas durchdringen, um das zu verstehen. Wenn man einfach mal auf alle Produkte klickt, wird es meiner Meinung nach etwas übersichtlicher. Ja. Da geht es mal ganz klassisch los, was jetzt eigentlich sehr viele IT-Abteilungen bereits machen, ist die Virtualisierung von Serfern. Das versteht VMware hier unter Virtualisierung von Rechenzentrum für Cloud-Infrastrukturen. Das wird natürlich hier etwas bunter beschrieben, weil heutzutage ist ja alles Cloud und es ist groß und toll und deswegen heißt es hier so. Im Prinzip ist das gemeint mit Server-Virtualisierung und alles, was um Server-Virtualisierung rundum kommt. Also nicht nur der eigentliche Hypervisor, der tatsächlich auf dem Host läuft, der dann dementsprechend die Sachen virtualisiert, sondern auch das Management. Das ist ja eigentlich viel wichtiger. Das einfachste Management ist der vCenter-Server, den kennt wahrscheinlich jeder, der einfach nur eine Anzahl von ESX-Hosts miteinander managt. Die Vision von VMware geht noch etwas weiter. Die wollen quasi das komplette Software-Gemanage. Genau, richtig. Software-Defined-Data-Center ist der Begriff hier, den VMware geprägt hat. Das heißt, ich möchte alles über meine Virtualisierung steuern. Das heißt, es gibt ein Virtualisierungs-Layer nicht nur für die Server und die Software, sondern auch noch für mein SANS-System und auch noch für mein Netzwerk. Das heißt, ich betrachte das dann quasi nur noch aus Applikationssicht und sage, ich hätte hier gerne eine Applikation, die braucht Fahrlan 500, die braucht ein Storage mit den und den Eigenschaften, die braucht hier sonst solche Einstellungen und dann wird es automatisch deployed und mein komplettes Rechenzentrum danach konformiert. Also überspitzt formuliert Datei, neue Rechenzentrum. Genau. Anwendung im Rechenzentrum. Es geht sogar so weit, dass hier die Anwendungen gruppiert werden können. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Server, der braucht Datenbank, der braucht Anwendung, der hat diese und jene Komponente und das ist eigentlich ein Set an verschiedenen virtuellen Maschinen und das kann auch gruppiert werden und ich betrachte das nur noch vielleicht so weit aus Applikationssicht. Aber wir fangen wirklich da mit unserem Tutorial ganz unten an bei dem Server. Ein einziger Server, mal von unten und die Produkte setzen dann immer drauf auf. Das heißt, ich fange ganz unten an und kann das dann bis zum virtuellen Rechenzentrum ausbauen, aber die grundsätzliche Software bleibt die Serie. Der eigentliche Hypervisor ist immer gleich im Prinzip. Ob ich jetzt ESX einsetze, ob ich jetzt VMware Workstation einsetze oder Fusion oder sonstiges Produkt, das einfache Virtualisierung am Desktop darstellt, ist im Prinzip immer derselbe Hypervisor, der die virtuelle Maschine bereitstellt. Okay, jetzt haben wir uns das angesehen am Rechenzentrum und wie kann ich Server virtualisieren? Genau, das sind also alle Produkte hier dazu. NSX ist die Netzwerk-Virtualisierung, Virtual Sound haben wir kurz schon angesprochen. Ja. Dann kann man das noch weiter treiben, wie ich vorher schon beschrieben habe, dass man das alles aus Applikationssicht sieht zum Beispiel und dass man hier noch die WCenter absichert und so weiter. Also das ist quasi ein Advanced Management nochmal auf dieses... Nochmal on top. On top. Operations Management überwacht, wie geht es mit dem Rechenzentrum? Bahnt sich ein Fehler an? Kann erkannt werden aus bestimmten Sachen, die eintreten oder nicht eintreten und so weiter und so fort. Das ist quasi alle Produkte, die das Advanced Rechenzentrums Management, wenn man so will, die dann auch noch oben drauf kommen. Okay. Dann gibt es noch Infrastructure as a Service. die Produkte erleichtern, dass man hier irgendwie mehrere Virtualisierungen kombiniert oder irgendwie Apps verschiebt und sagt, ich habe hier ein Exchange-Up, das hätte ich gern hier und dann kann das transportiert werden und so Sachen. Dann gibt es die Desktop-Virtualisierung. Die ist eigentlich noch nicht so bekannt. Noch nicht so verbreitet, sogar in Deutschland, muss ich sagen. Also in Amerika erzählt er immer, vor allem, wir haben sie eine hohe Verbreitung. Ja, ja, das müssen wir auch nicht wissen. Wir waren ja auch nicht geprüft. Darin steht, wir sind die Besten der Welt. Ja. Aber erklär doch kurz, Desktop-Virtualisierung, also nicht am Desktop, sondern den Desktop. Genau. Das ist hier der Unterschied, wenn wir jetzt mal runtergehen. Personal Desktop ist die, vor allem bei Workstation und Fusion, die bestimmt jeder schon mal irgendwie hat, wenn ein kleines Windows virtualisieren will. Das ist eine Virtualisierungsumgebung, die ich auf dem Desktop ausführe. Und eine Desktop-Virtualisierung, zum Unterschied ist eine Infrastruktur, die einen virtuellen Desktop für den User bereitstellt. Das heißt, der User, wir haben auch ein Video schon darüber gemacht, konsumiert einfach einen Desktop und kriegt ihn angezeigt, kann den cachen bei sich und läuft quasi im Rechenzentrum virtualisieren. Im Extremfall auf seinem iPad seinen Desktop von seinen Windows-Laden. Genau. Also ähnlich wie in Terminal Server, er greift dazu, bekommt aber eine Windows-Maschine, eine dedizierte. Das ist alles mit Horizon View. Früher hat das nur View geheißen. Dann haben es noch ein paar Komponenten rundum gestrickt, so ein Portal, wo ich einloggen kann und dann klicken und dann kommt mein Desktop und meine Applikation und das eben die Sicht noch etwas verschönert. Deswegen heißt das jetzt seit einiger Zeit Horizon View und meint aber alles, was um die Desktop-Virtualisierung rundum gehört. Mirage ist dann noch ein Imaging-Programm, wo ich dann physikale Desktops rüberholen kann und Updates verteilen kann und so weiter und so fort. ZinApp macht dann noch Applikationen da mit rein, die ich dann starten kann. Da haben es quasi eine kleine Applikations-Virtualisierung in Windows. Das sind quasi alle Tools, die ich brauche, um virtuelle Desktops bereitzustellen im Unternehmen, in einem Rechenzentrum oder wo das auch immer stattfindet. Wir konzentrieren uns jetzt aber wirklich in unserem Tutorial, wo wir beginnen werden. Genau, wir beginnen mal ganz oben. Auf die Server-Virtualisierung. Genau, mit der Server-Virtualisierung, mit dem einfachsten, vor allem der Vis4. Und der Vis4 ist alles, es sind die notwendigsten Komponenten zusammengefasst. Das ist einmal der ESXi als Hypervisor und einmal der V-Center-Server als Verwaltungsinstanz. Und man kann da auch kostenlos ohne jede Lizenz starten? Mit dem ESXi, ja. Habe ich aber keinen Verwaltungs-Server. Das heißt, ich kann kostenfrei einen ESXi Single-Host betreiben sozusagen, den ich dann einzeln steuern kann. Das ist kostenfrei. Aber wenn ich jetzt irgendwie zentrales Management will, dann muss ich lizenzieren. Okay, also wir arbeiten uns quasi jetzt in den nächsten Freitagen von unten nach oben. Wahrscheinlich werden wir Jahre brauchen, bis wir durch den ganzen... Ja, ganz durch werden wir wahrscheinlich nie kommen. Ja, aber wir werden uns bemühen, das also möglichst nachvollziehbar und von unten her darzustellen. Genau. Das war's für diesen Freitag. Wir hoffen, dass ihr euch auf das Thema mit uns freut, vor allem wer. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage Moby Dick und das PASCOM-Systemhaus findet ihr unter pascom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf pascombrothers.net.